Hallo zusammen, Aizocca hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, aufgestiegen, anzunehmen bei Polemarch Ad Vestes, in der Bastion, Elysische Feste, auf der Ebene die Archonhöhe, bzw. Archonhöhe ohne die, an dieser Position. Keine Ahnung warum das Ausrufezeichen an dieser Position angezeigt wird. 4Quest war Vertrauen durch die Dunkelheit hindurch. Solltet ihr weitere Fragen haben zu 4Quest oder 4GQuest, schaut bitte in die Videobeschreibung. Da habe ich euch mehrere Videos verlinkt, in denen ich euch komplette Quest rein am Stück zeige, unter anderem auch zu der Kirianer Kampagne, Kapitel 2 und 3 zusammenhängend. So könnt ihr 4Quests, Folgequests nachverfolgen, wie auch immer. Außerdem habe ich in den Beschreibungen die Zeitpunkte eingetragen, an welchen Stellen ich welche Quests angenommen habe. So könnt ihr direkt zu gesuchten Quest springen, ohne euch lange durchklicken zu müssen. Hier heißt es, trefft euch mit Pelagos. Der steht gleich hier. Sprechblase anklicken. Jetzt heißt es, Chlora gleitet. Chlora ist auch gleich daneben. Sprechblase anklicken. Nun darf man hier ein bisschen abwarten. Geduldige Lehrerin für die, die euren Rat suchen. Ich glaube, Chlora ist ein hohes Tier. Also ich glaube, sie müsste eigentlich so eine Abwirtin sein oder sowas. So, jetzt wird das abgehakt. Nun heißt es, Schmidin Sofone geleitet. Da stehe ich auch schon daneben. Also, das ist die Schmidin Sofone. Sprechblase anklicken. Nun darf man wieder ein bisschen abwarten. Ihr habt mit eurem Dienst an anderen eure Hingabe an die Bastion bewiesen. Heute schließt ihr euch den Aufgestiegenen als Sammlerin an. Mhm. Sammlerin. Okay. Nun heißt es, Chlora geleitet. Die ist hier. Und sobald ihr sie anquatscht und die Sprechblase anklickt, startet ein Video. Da werde ich mal die Klappe halten. Bis zum Ende des Videos. Das war's. Ihr seid eine Mentorin für alle. Und auch eine tapfere Verteidigerin der Bastion. Heute werdet ihr zur Aufgestiegenen. Schluss mit euren Ritualen, Archon. Die Wahrheit. Erhebt euch, Verschmähte. Devos, ihr führt diese Rebellion? Die Blindenerlasse der Archon bringen uns in Gefahr. Wir gehen einen neuen Weg. Die Spitzen des Aufstiegs werden den Verschmähten gehören. Aufgestiegene. Schlagt sie zurück. Paragons zu mir. Devos muss gestoppt werden. Die Worte der Archon. Verteidigt die Festung. Uuuuh. Cool. So. Quest ist abzugeben bei Clea. In der Bastion Elysische Feste. Auf der Ebene Archon Höhe. An dieser Position. Also nicht da oben wo der Flugpunkt ist. Sondern eins drunter. Ich hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen. Indem ihr das Video positiv bewertet. Und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte zu einem Abonniertknopf ein. Weiterhin wünsche ich euch noch einen schönen Tag ohne Bugs. Und viel Erfolg. Eins okay. Ende. Wenn ihr Argument noch lebt. Eigentliches ist es nur noch mal im Moritz.